So, guten Morgen, willkommen zurück zu... Wie, 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 wie... Reicht ja nicht, was ich gestern gemacht habe. Ich könnte nochmal in den Time Trials machen. Was war das denn? Tower, da habe ich schon irgendwie gesagt. Space Train 2? Ach Gott, ich weiß, was das war. Final Level, ach Gott. Ja, da habe ich gestern vier Stunden damit verbracht und nichts geschafft. Sehr gut. Was war denn überhaupt so nochmal? Oh Gott, das war der... Nee. Schon so langsam. Na ja. Schon so langsam. Muss ja da was. Kann ja auch links und rein. Noch mal kurz zum Aufwärmen hier. Heute aber wirklich nur zum Aufwärmen. Nicht so wie gestern. Oof. Oof. Nein, ich bin nicht losgelaufen. Darf ich doch nicht. Immer gleich loslaufen. Immer gleich loslaufen. Nein. Ah, es geht so gut. Jetzt glaube ich schon wieder die Fallsticht, bin ich Idiot. Oh Gott, was ist das mit dem Herzen. Jetzt weiß ich wieder, was das ist. Jetzt weiß ich wieder, was das ist. Ich mag es nicht. Nein. Ach, ich hasse es. Und welch kann man denn sein? Keine Antwort bitte auf diese Sorge. Alter. Nein. Da geht mal eine Zeit. Da komm. Dafür hebe ich wenig die Tode auf. Das muss man ja auch mal machen, ne? Ach, Tode. Ich habe gestern vier Stunden daran verschwendet. Und habe trotzdem keinen V-Rank. Was sagt dir das? Kurz hier warm spielen. Wow, jetzt möglichst umständlich laufen. Ah, fuck. Okay. Drei Versuche. Dann nachher mal auf und mach mal einen normalen Rand. So, mir wurde mitgeteilt, dass ich demnächst vielleicht mal EU4 mit Leuten, die das auch können, in Multiplayer spielen kann. Macht mir jetzt schon Sorgen. Macht mir jetzt schon Sorgen. Das ist nicht so lustig wie mit Delphine. Das heißt, ich kann und ich spinne halt direkt an. Nein, ich würde nicht neu starten. Ich wollte raus. Ich wollte ein Stück zurück rutschen. Ach. Ja, aber ich habe es nie geschafft, ohne zu sterben, durchzukommen. Deswegen habe ich da jetzt immer noch keinen V-Rank. Oder was meinst du? Ja, bla, 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 bla. Nein. Da kommt mir irgendwie durch. Ich weiß noch nicht, wie. Mach mal das da an. Wie geht das? Ich habe gesehen, dass es geht. Ich würde nur gerne wie... So nicht. Was? Nein. Wie soll er das gemacht? Nein. Was? So hat er das gemacht? Nein. Ich habe gesehen, dass man da durchkommt. Nicht verarschen, nur wie. Moment. Neue Idee. Ne. Hä? Wie zur Hölle macht er das? Hat er doch gecheatet in mir. Und ich bin jetzt auch nicht. Und unten bin ich. Nein. Entschuldigung, wurde überrannt. Das hätte ich dir auch früher fahren können. Will das nicht. Ich habe es geschafft. Üben wir das noch mal ein paar Mal. Jetzt habe ich mir noch ein paar Mal. Nein. Das war zu früh. Nein. Ich bin jetzt halt so ein Land, das liegt außerhalb Europas. Und damit ist es schon mal scheiße. Und es ist auch noch klein. Nein. Jetzt habe ich einen Telepoller aktiviert. Idiot. Ich sage immer Telepoller. Ich will jetzt zurücklaufen. Nein, da bin ich. Ah, also ich will nach oben. Dann so. Das ist ziemlich eng. Ich mag es nicht, wenn ich. Staubschilde eng sind. Okay, ich bin auf jeden Fall schon sehr früh. Sehr früh, viel früher. Spiel halt endlich mal ein vernünftiges Land. Spiel noch mal Polen. Oder spiel noch mal Böhmen. Spiel noch mal Böhmen. Oder was könnte man noch spielen? Frankreich. Es gibt ganz viele brauchbare Länder. Spiel soll immer die beschissen sein. Kann man machen, aber dann sollte man das Spiel weit missen können. Spiel doch mal Blaue Horde. Spiel doch mal irgendwas in Amerika. Spiel doch mal Schlesien und lass dich wieder annektieren. Das war sowieso das Beste. Lässt dich annektieren, der Spack. Statt dass du irgendwie mal so Krieg erklärt oder so. Nee. Ich warte noch ein bisschen. Was soll schon schief gehen? Ich kann fragen, ob du mitspielen willst. Rettend sie nett. Was können wir noch spielen? Dänemark. Ich will doch mal Dänemark. Ah nein, hier bin ich zu langsam. Hier kann man auch schneller machen, habe ich gesehen. Hier mache ich auch noch was falsch. Aber so viele Dinge falsch. Das sind locker schon drei Sekunden, die ich jetzt verloren habe. Nein. Ah, das sollte nicht passieren. Warum passiert das mir immer wieder? Ich weiß es nicht. Weil ich komplett unfähig bin, offensichtlich. Spiel doch mal die Schweizernebenheit. Das funktioniert ja auch nicht. Burgund könnte man das spielen. Ja, ich brauche heute ein wirklich neues Gamepad. So weitermachen. Können wir mal noch spielen. Hm. Uuuh. Uuuh. So Länder gibt es gar nicht. Gibt nur irgendwie 200 Länder oder so. Geht schnell die Auswahl aus. Was? Ich hoffe, es ist jetzt nicht, dass das passiert ist. Junge, was mache ich denn heute? Uuh. Da bin ich reingesandert. Sollte er vielleicht nicht so früh springen. Oh, Sparzei. Ich glaube, ich habe das Injector nicht mitgenommen. Da habe ich mir gar nichts. Wow. Ich mache es nochmal. Und nochmal. all da kommt es ein zweier gelaufen von euch würden durch die schlechte zeit und darum braucht kein mensch Länger warten. Länger warten, verdammt. Aber ich bin schon mal besser, was ich gespielt habe. Der Krieg war nicht erfolgreich, weil jetzt kommen wir die Ausreden meistens. Der Krieg war nicht erfolgreich, alle haben mich gehasst, der Feind hatte 10 mal so große Armee wie ich. Das Spiel ist abgestürzt. Spiel doch, da will ich doch gar nicht durch, oben rum ist scheiße, das dauert zu lange. Nein, oh wow, wie ich halt punkten, oh Gott. Wunderbar, wie ich da punkten genau reinspringe. Schon schön. Gleich mal ne halbe Minute wegwerfen. Oh Gott, ich mach's nochmal, weil... Gegen YouTube gab es wieder... Was machst du denn? Hast du keine Kriegsgründe, wenn du Krieg erklärst, oder was machst du denn? Dass du dich ständig irgendwie... Den Krieg erkranken. Was musst du ja machen, dass du dich so sehr hast. Da will ich nicht drauf stehen. Ich hasse es immer noch so wegrutscht. Wieso passiert das? Das ist aber... Ich... Ich hab wirklich das Gefühl, dass das Gamefit nicht nur so ganz geil ist. Komm schon, das geht, das weiß ich. Ich hab schon hinbekommen. Ich werde auch jeden scheiß Stacheln mitnehmen. Aber jeden noch so dummen Stacheln. Das war zu schnell. Warum gibt's aber die Koalition? Was wolltest du denn alles erobern? Ich hab viele Gebiete genommen, oder... So eine Koalition hat ja auch immer einen Grund. Ich hab doch... Ich hab eben nicht gedrückt. Ich... Sag mal... Das war jetzt zu... Ach, das ist wahrscheinlich gar nicht was da draufsteht, dass da irgendwie steht... Boah, du hast keinen Kriegsgrund, oder... Ah... Da hast du noch Friedensvertrag und so... Und so hoch lesen, was da steht. Hm... Nein! Ah... Fick dich doch! Fick dich doch! Fick dich doch! Fick dich doch! Nein, es ist offen zuerst nicht. Es ist zu früh. Kein zu spät. Und dann rutsche ich wieder weg. Ja, keine Zeit zum Lesen. Warum rutsche ich denn so hart? Ich verstehe die Musik manchmal nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.